Ja Leute, mir ist ein Missgeschick passiert, aber erstmal Willkommen zurück zu Rollercoaster Tekken 3 Karrieremode. Ich muss leider dieses Szenario nochmal spielen, weil Fraps die Aufnahme zu erschissen hat. Aber naja, ich habe vorher halt ja noch nie mit Fraps großartig was aufgenommen, von daher sei es mir mal verziehen, dass ich da noch unerfahren bin. Ich meine, über zweieinhalb Jahre jetzt schon Let's Player, aber vorher habe ich nie wirklich Computerspiele Let's Played, weil ich ja keinen PC hatte, auf dem man sie abspielen konnte. Und jetzt werden wir viel nachholen. Gut, wie dem auch sei, wir warten kurz auf das Voraktivieren und sowas. Und dann geht's los. Das ist ein einfaches Szenario, was jetzt noch kommt. Richtig schwer wird es eigentlich erst ab dem 5. oder 6. Da sagen wir mal, wird der Schwierigkeitsgrad von leicht auf fortgeschritten angehoben. Und so circa ab dem 10. haben wir dann Profi. Also es ist eigentlich eine gute Einteilung, so alle 5 bis 6 Szenarien wird es schwieriger. Mehr gibt es auch beim Original Rollercoaster Tekken 3 nicht. Danach springen wir ja, wie ich sagte, direkt zu der Soaked und dann zur Wild-Kampagne, die ich noch nie gespielt habe. Da habe ich mich immer nur im Sandkasten-Modus ausgetobt. Aber der kommt ja immer wieder so im Wechsel, das habe ich ja gesagt. So, also gut. Bitte einmal schnell Pause drücken. Ich will nämlich etwas gucken. Wir müssen nämlich als Unternehmer das Darlehen zurückzahlen. Daran könnten wir etwas zerbrechen, wenn wir zu viel ausgeben für eine Achterbahn. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken uns schon mal gleich die Tekken-Bedingungen an. Weil darauf legen wir nämlich jetzt aus, wie wir die erste Bahn bauen wollen. Wir brauchen einen Mindesterregungswert von 4 auf 3 Bahnen. Und eine Mindestbahnlänge pro Bahn von 370 Meter. Auch 3 Bahnen, die diesen Wert erreichen. Monatliche Bahneinnahmen, dazu zählen auch die Stände. Aber auch solche Attraktionen wie diesen Twister hier. Äh, ne, das heißt nicht Twister gerade. Also auf jeden Fall heißt es hier Dynamite-Gefahr. Und ja, beim Anfänger haben wir einen Mindesterregungswert von 3 auf 2 Bahnen. Und 350 Meter auf 2 Bahnen. Ich denke, wenn wir uns schon mal das hier als Ziel setzen, müsste es leichter sein. So, nächster Punkt. Darlehen zurückzahlen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Deswegen versuchen wir erstmal ohne Darlehen auszukommen. Dann kann ich nämlich als Unternehmer einmal Darlehen dazugeben und dann wieder abtreten. So, bevor wir jetzt durchstarten, werde ich erstmal ein paar Steakhäuser und andere Getränkestände platzieren. Weil wir auch diesen Einnahmenwert brauchen, denn auf den dürfen wir leider nicht verzichten. Machen wir erstmal mittleren Lack. Achso, Stände dieser Art synchronisieren hätte ich vielleicht nochmal vorher anwählen sollen. So, als nächstes sollten wir vielleicht die anderen Attraktionen hier eröffnen. Dynamite-Gefahr geben wir nicht unter 3,50 weg. Dieser Achterbahn hier hat einen stolzen Preis, aber den lassen wir erstmal so. So, weiter hier unten war auch noch eine Attraktion. Das ist mehr wie so eine Art Kinderkarussell. Da können wir sagen, 2,20 ist in Ordnung. Gab es sonst noch irgendeine Attraktion bisher? Ich glaube nicht. Ne, das war alles nur Szenerie. Okay, wir haben also keine Getränke, keine Essstände, keine Souvenirstände. Schauen wir uns mal kurz die Marktforschung an. Irgendwo hängt hier gerade meine Maus fest, schon wieder so. Machen wir die Achterbahn und die Kinderbahn auf kleine Priorität. Die Achterbahn auf so einem, ja, lassen wir die mittlere Priorität. Aufregende Fahrten ein bisschen darunter. Wasserbahn brauche ich nicht. Samste Fahrten. Transportbahn kann nicht alles verzichten. Läden machen wir voll. Szenerie brauche ich nicht. Wege nicht. Schuhelemente nicht. Und Wasserrutschen auch nicht. Lassen wir die Forschung erst mal so, wie sie ist. So. Nächster Punkt. Wir brauchen natürlich Personal. Machen wir erst mal 3 Mechaniker, 3 Reinigungskräfte. Das sollte von Anfang eigentlich reichen. Weg mit euch. Dann kümmern wir uns erst mal um die Lemonade. Ice Cold. Brauchen wir ein paar davon. Wie die Leute ordentlich einen bechern können. So. Die einfache Lemonade kriegt gar nichts. Die mittlere Eischwürfel. Die große Zitrone dazu. Und die ganz große kriegt alles. Also die gießen Lemonade. Haben wir... Ich muss auch wieder anfangen zu. Das gibt's ja nicht. Jawohl. Wir haben auch irgendwelche Souvenirstände. Die können wir so lassen vom Preis her. Westernhütte habe ich jetzt versehen schon mal ausgewählt. Platzieren wir sie dahin. Natürlich Geldautomat. Erste Hilfe. Das ist alles wieder sehr essentiell, dass wir das brauchen. Toiletten. Dürft man natürlich auch nicht vergessen. Um die kümmere ich mich gleich. Warte mal. Wo ist denn der Ausgang von dieser Attraktion da? Weil den meisten wird der schlecht, wenn sie aus so einer Attraktion rauskommen. Und dann bauen wir von dem Rest, den wir haben, gleich mal eine Achterbahn. Erstmal noch eine Toilette hier dahin platziert. Und natürlich ganz empfehlenswert wieder am Eingang die Informationen. So, dann erhöhen wir die Preise mal alle um 20 Cent. Okay. So. Ähm. Wer nicht so sicher ist mit Achterbahnen bauen, nimmt am besten die Minenachterbahn oder die rotierende wilde Maus. Eine der vorgefertigten Designs. Die empfüllen nämlich alles, was ihr braucht. Ich versuche mich hier trotzdem am Achterbahn bauen. Wenn ich halt missgebaut habe, müssen wir das später über die Stände versuchen, wieder reinzukriegen, das Geld. So. Dann schauen wir mal. Ich hatte das ja schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es wieder hinkriege, die wilde Mausachterbahn, die ich da verwendet habe, so nachzubauen. Deswegen experimentieren wir jetzt hier ein bisschen herum. Ähm. Meine Öffnung. Warum ist das gerade so hell, ey? Ich sehe gerade gar nichts. Ich glaube, ich habe bei den Optionen irgendeinen Mist gebaut. Wartet mal. Ich muss mal kurz bei den Werkseinstellungen hier was gucken. Das ist ja übel. Man sieht ja gar nichts. Glanz. Geh mal weg. Das war etwas zu hell eingeschwärts. Ah, jetzt ist das schon besser. So. Halt. Ich wollte nicht in den Boden reinwohnen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht, äh, die ganze Zeit, äh, mir solche Fehler laube. Mit dem, äh, ich habe mich verbaut und muss was wieder löschen. Weil wir wollten ja, wie gesagt, ohne Darlehen erstmal rauskommen. So. Diese Höhe sollte eigentlich genügen. Und wie es sich für eine wilde Maus gehört hat, machen wir erstmal einen Dreh. Gibt es natürlich immer schön diese kleinen steilen Kurven, die wir auch hier nachbauen. Erregungswert wird natürlich dadurch erhöht, je häufiger man innerhalb einer Fahrt, ich glaube, das hatte ich aber schon erwähnt, ähm, man als, sag mal, das gibt es ja nicht, als Passagier etwas von der Bahn zu sehen bekommt. Also das heißt, je häufiger ihr so Streckenteile baut, mit Kurven und so weiter. Nein, jetzt habe ich da runter gebaut, weil ich erklären wollte, shit. Na gut, jetzt kann ich es auch ausnutzen. Also je häufiger die Leute irgendwas von eurer Achterbahn sehen während der Fahrt, desto höher ist die Erregung. Und ich war das jetzt nicht ein Fehler von mir. Na egal, wir werden es sehen. Na, kommt aber drüber, oder? Gerade so, oh, für die kleine übergeneckte Kurve ist es etwas zu... Na ja, egal. Egal, was ich sagen wollte, vergesst es. Ich habe wieder Mist gebaut. Wieder mal typisch Game Kirby, so. Jetzt könnten wir die kleine übergeneckte Kurve versuchen, allerdings, wenn ich sie hier lang führe, überschneidet es sich, also muss ich... Was? Ach, weil das Land nicht mehr gehört. Das ist schon wieder Mist. Hm. Dann bauen wir es mal nur so wieder hoch. Äh, 19,50 Meter ist das Höchste, was wir jetzt als letztes hatten. Das kann schon etwas zu hoch sein. Bleiben wir mal so. Ich will mal eine kleine übergeneckte Kurve bauen. Bitte. Warte mal. Wenn ich so runterführe, müsste es doch eigentlich angenehmer und besser sein. Nein! Seriously, ich muss wieder alles löschen. Äh, nicht alles löschen, aber ich muss wieder ein Stück zurückbauen, weil die Maus nicht hochkam. Naja, noch habe ich genug Geld, um mir so einen Fehler zu erlauben. Ich sollte aber aufpassen, dass das jetzt ausbleibt. Ach, jetzt habe ich das viel zu steil gebaut. Sag mal! Ich mache auch noch Mist wieder. Ich wollte eigentlich diese Neigung. Ich muss kurz warten und hoffen, dass die Maus da auch langkommt. Fahr da bitte hoch. Yes! Jetzt hat die Kurve geschafft. Hey! Stop it! Okay, ich kann sie doch nicht hier reinbauen. Aber wie hoch ist sie? Ich sehe das nicht mehr. 17,21. Das könnte zu hoch sein. Ich müsste jetzt mal warten, ob die Maus diese wilde Kurve hier schafft. Die wilde Maus die wilde Kurve schafft. Das macht natürlich Sinn. Warte. Kommt hier rum. Nein. Nicht. Schafft sie nicht. Ach, schade. Okay, dann machen wir halt was anderes. Bauen wir noch etwas steiler. Noch ein kleines bisschen. Dann suchen wir uns langsam die Zielgerade. Ne, ganz so perfekt, wie ich es da vorgebaut habe, ist es mir leider nicht geglückt. Aber naja, passiert. Flaps hätte ja auch die Aufnahme nicht zerscheißen müssen. Aber gut, wir kommen wenigstens auch so ins Ziel. Darum ging es mir. Eine kleine Blockbremse. Jetzt fahren wir von hinten, damit ich die Station noch etwas verlängern kann. Halt, warte mal. Hier eine Kette bitte. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Maus hier auch durchfährt. Das ist jetzt eine gute Frage, wo wir den Ausgang hinbauen. Ich setze ihn da hin und zornut, muss ich den Weg umleiten. So, jetzt müsste ich natürlich testen, ob die Maus diese Werte erfüllt, alle. Natürlich machen wir dann schnell durchgang. Und schau mal. Und schau mal. So. Allún Kafka. Bis los ja. Und schau mal. Bis los. Bis los. Bis los. Done. Vielen Dank.